Laufzeitverlängerung, Stopp, Moratorium, das bedeutet drei Wochen lang Zurückhaltung. Sprich, nach der Wahl wird Frau Merkel, also die CDU und die FDP, weiterhin die Laufzeitverlängerung durchsetzen. Die Bürger sind denen scheißegal. Das heißt, wir werden von oben bis unten belogen. Es ist nicht beherrschbar, egal ob es ein Meteoriten gibt oder ob es ein Erdbeben gibt oder ein Flugzeugabsturz. So, und jetzt die Aufforderung. Ich fordere hiermit alle Bundesbürger und Bundesbürgerinnen auf, nehmt eure Pflicht und geht auf die Straße und sagt, es reicht. Es reicht. Geht morgen nicht zur Arbeit. Dies ist der größte Widerstand. Wir wollen endlich eine Energiewende. Für alle Solarzellen umsonst. Für alle Solarzellen umsonst würde den Staat nur 90 Milliarden kosten. Das heißt, jeder hätte dann seine eigene Stromversorgung vor Ort. Das heißt, alle Hochspannungsleitungen, die hier durch die Bundesrepublik führen, wären dann auch unnutz. Man könnte dieses Eisen auch schon wieder für andere Sachen nehmen. Also Leute, werdet wach. Es geht anders. Wir wissen das. Und der Staat und die Betreiber belügen uns und betrügen uns. Schon seit Jahrhunderten ist es so, dass Könige immer das Volk ausnutzen, dass Kanzler immer das Volk ausnutzen. Hitler hatte seine Leute auch nur ausgenutzt. Für was war dahinter herausgekommen? Er hat den Krieg verloren und es waren Millionen von Toten. Also Leute, niemals würde ein Staat den Bürger helfen. Ich weiß das ganz genau. Die werden uns alle in den Stich lassen. Wählt Frau Merkel ab. Es reicht. Wählt Mappus ab. Es reicht. Wählt Mappus ab. Es reicht.